Hasan Bresos Ali Hamidzic ist ein ehemaliger bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler. Er arbeitet als Fußballexperte für das ZDF. Karriere Mit zehn trat er dem Fußballverein seiner Geburtsstadt Jablaniqa, dem FK Turbina Jablaniqa, bei. Mit 14 Jahren spielte er für den FK Veles Muster und wurde auch in die U15- und U16-Nationalmannschaft Jugoslawiens berufen. Der Bosnienkrieg 1992 veranlasste die Eltern, den 15-jährigen Salihamidzic zu Verwandten nach Hamburg zu schicken. Nach drei Jahren in der Jugendabteilung des Hamburger SV erhielt Salihamidzic einen Lizenzspielervertrag bei den Profis und wurde in den drei Jahren im Profikader zum Bundesliga-Stammspieler. Er galt als einer der besten Fußballspieler des Hamburger SV und als sein Vertrag 1998 auslief, erhielt er Anfragen mehrerer Vereine, darunter FC Barcelona, Manchester United und Borussia Dortmund. Salihamidzic entschied sich für den FC Bayern München, den er bereits als 1-4-Jähriger in Belgrad beim Europapokalspiel am 24. April 1991 gegen Roter Stern Belgrad gesehen hatte. Mit den Münchner Bayern feierte er seine größten Erfolge, den Gewinn des Weltpokals und der Champions League. Im Finale gegen den FC Valentia, das per Elfmeterschießen entschieden wurde, konnte Salihamidzic seinen Elfmeter verwandeln. Zur Saison 2007-08 nach neun Spielzeiten für die Bayern wechselte Salihamidzic nach Italien zum Rekordmeister Juventus Turin, bei dem er einen Vierjahresvertrag unterzeichnete. Sein Debüt in der Serie A gab er am 25. August 2007 beim 5-1-Heimsieg gegen Aslai Vorano, sein erstes Tor erzielte er am 26. September 2007 zum 2-0 beim 4-0-Heimsieg gegen Regina Calzico. Bei Juventus Turin wurde er wahlweise als linker oder rechter Mittelfeldspieler. Zuweilen auch in der Viererkette auf den beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt. 2011 wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Daher wechselte Salihamidzic am 4. Juli 2011 zurück in die deutsche Bundesliga zum VfL Wolfsburg. In einem Testspiel im Juli 2011 erlitt er einen Unterarmbruch und musste mit Armschiene trainieren und spielen. Nach der abgelaufenen Saison wurde sein Einjahresvertrag nicht verlängert. Am 20. September 2012 beendete er nach erfolgloser Vereinssuche seine Karriere. Salihamidzic spielte zehn Jahre für die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas, bestritt 43 Länderspiele und erzielte sechs Tore. Sein Debüt gab er am 8. Oktober 1996 im Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 1998 bei der 1 zu 4 Niederlage gegen Kroatien. Dabei erzielte er auch sein erstes von sechs Toren. Sein letztes Länderspiel bestritt er am 16. August 2006 bei der 1 zu 2 Niederlage gegen Frankreich. Zwei Tage später trat er als Nationalspieler zurück. Von Sommer 2013 bis Frühjahr 2014 war Salihamidzic Fußballexperte bei RTL und war beim Audi Cup 2013 Co-Kommentator von Heiko Wasser. Seit Februar 2014 ist er Reporter bei der Champions League-Übertragung des ZDF und bekleidete diese Position auch während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien für das ZDF. Erfolge Weltpokalsieger 2001 Champions League Finalist 1999 Deutscher Meister 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 DFB-Pokalsieger 2000, 2003, 2005, 2006 Liga-Pokalsieger 1998, 1999, 2000, 2004 Auszeichnungen Bosniens Fußballer des Jahres 2000, 2004 Sonstiges Salihamidzic ist gegenwärtig der ausländische Spieler mit den meisten Spielen für den FC Bayern München. Sein Spitzname ist Bresso. Er besitzt sowohl die deutsche als auch die bosnische Staatsbürgerschaft und ist mit der Schwester von Francisco Coppado verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Mit seiner Familie lebt er in München. Mit 14 Einsätzen ist Hasan Salihamidzic außer dem Rekordspieler des deutschen Liga-Pokals. Untertitelung des ZDF.